strafe remus lupin stand im ligusterweg und beobachtete das haus nummer vier nun schon eine gute stunde es war später nachmittag und ein kühler windsatzhaus wie ihm die honigblonden haare sofort nachdem er harry an die wiese übergeben hatte war hierher gekommen eine weile war durch den magnolienring geschlendert bis er im ligusterweg das haus gefunden hatte dem harry über jahre gequält wurde es unterschied sich nicht von den vielen anderen häusern in dieser straße ein gepflegter vorgarten ein auto in der einfahrt und geputzte fenster nur eines war anders und passte so gar nicht zum rest des hauses es waren die gitter von dem fenster am ersten stock die seltsam deplantiert wirkten der werwolf seufzte tief und zog sich etwas weiter in den schatten der mauer an der er lehnte zurück er wusste er musste etwas tun sonst würde sein wolf sicher nicht zur ruhe kommen die muggel hatten seinen welpen misshandelt und das konnte er nicht ungestraft lassen er hatte einen plan aber nun hier allein im ligusterweg überkam ihn erste zweifel du bist unvorsichtig remus fuhr herum und hielt seinen zauberstab zur verteidigung ausgestreckt er lächelte als er seinen besuch sah du solltest dich nicht an einen zauberer heranschleichen der zu allem bereit ist pass auf sonst sticht noch jemandem das auge aus nymphedora tongs grinste ihren freund frech an der trat auf sie zu und küsste sie innig kurz nach sirius tod waren die beiden sich näher gekommen tongs gab sich die schuld an dessen tod und remus versuchte sie aus ihrem tief zu befreien und gleichzeitig über den verlust seines besten freundes hinweg zu kommen er liebte sie und doch hatte er anfangs bedenken er war ein werwolf und eine liebesbeziehung schien unerreichbar fern aber die sture hexe hatte ihn eines besseren belehrt und nun genossen sie die zeit zusammen auch wenn ein neuer krieg bevorstand was machst du hier wollte der werwolf nun wissen ich dachte du bräuchtest unterstützung und ich soll dir sagen dass sich kingsley um alles gekümmert hat tongs strich sich durch die nun roten haare diese hatte sie nur dann wenn sie wirklich wütend oder erschüttert war danke aber du solltest gehen ich schaff das schon remus hör auf immer alles allein schaffen zu wollen du bist schon genau wie harry ich bleibe du bist nicht mehr allein remus lächelte und zog tongs wieder in seine arme nie hatte er sich so sicher und geborgen gefühlt wie mit der jüngeren wieder sah er zum haus gab sich einen ruck und zog seine partnerin mit sich halt mich zurück flüsterte ihr zu als sie vor der eingangstür standen tongs nickte kurz zog ihren zauberstab und blieb verborgen hinter remus stehen der werwolf klopfte an die tür es dauerte eine weile bis ihnen eine dünne pferdegesichtige frau öffnete was wollen sie abschätzig betrachtete sie den mann mit dem abgewetzten alten anzug vor sich erst dann sah sie den zauberstab den in der rechten hand hielt ihre augen wurden groß und sie wich etwas zurück was wollen sie sie haben den wengel doch zischte sie das würde ich ungern hier draußen besprechen ich darf doch ohne weiter auf die frau zu achten drängte sich remus an ihr vorbei ins haus tongs folgte was beton ihr einen kurzen aufschrei und lockte als der werwolf gefolgt von seiner freundin das wohnzimmer vertrat schreckte ein mann der sehr viel ähnlichkeit mit einem walros hatte auf ein junge welcher seinem vater schon jetzt nachschlug schrie auf und drückte sich an die hinterste ecke des spießigen wohnzimmers remus sah sich um nichts deutete darauf dass in diesen wänden ein junge über jahre hinweg misshandelt und vernachlässigt worden war der werwolf spürte die wut in sich kochen sah immer wieder den abgemagerten und blassen harry vor sich plötzlich spürte er tongs hand auf seinem arm sie sah ihn mahnt an er atmete tief durch und wandte sich an die dursleys welche inzwischen auf dem sofa saßen dudley hockte in einer ecke und wagte es nicht sich zu bewegen remus setzte sich auf einen sessel den beiden erwachsenen gegenüber während tongs an der tür stand und die mugel nicht aus den augen ließ als erstes möchte ich sagen dass weder harry noch sein vater wissen dass ich heute hier bin mein name ist remus john lupin und ich kannte james und lilly sehr gut petonia setzte an etwas zu sagen aber der werwolf brachte sie mit einer schnellen geste zum schweigen lassen sie mich ausreden sie haben den jungen der ihnen anvertraut wurde auf schlimmste art und weise misshandelt und vernachlässigt er wird sein leben lang darunter leiden er hat bis zu seinem elften geburtstag nie zuneigung und liebe erfahren was das mit einer seele macht sollten sie sich eigentlich selber ausmalen können im letzten winter versuchte er sich das leben zu nehmen aus angst vor ihnen tongs holte hörbar luft ihre haare verfärbten sich blutrot tränen schossen ihr in die augen sie wusste dass harry von seinen verwandten schrecklich behandelt wurde aber dass sie ihn um ein haar in den selbstmord getrieben hatten das hatte sie nicht geahnt sie machte einige schritte auf die couch zu was die dörseys dazu veranlasste mit schreckgeweiteten augen noch enger aneinander zu rutschen tongs sagte remus eindringlich aber doch sanft und die hexe blieb stehen ohne dabei die dörseys aus dem blick zu lassen nun sie werden einsehen dass ihre taten nicht unbestraft bleiben sollten sprach der werwolf ruhig weiter in petunias augen spiegelte sich jetzt die blanke panik sehr zur zufriedenheit von remus ich wir könnten sie ohne weiteres dem zauberreiministerium überlassen in unserer welt steht auf die misshandlung von kindern der kurs eines dementors was mit dem tod gleichzusetzen ist aber meines erachtens ginge das zu schnell keine angst ich will sie nicht foltern aber ich will dass sie sich einmal im leben in harry hineinversetzen können den letzten satz sprach der mann betont langsam und etwas lauter als zuvor aus er hob seinen zauberstab und die dörseys rutschen schreiend von der couch dudley wimmerte in seiner ecke bewegte sich aber nicht venti und sprach remus für einen augenblick erstarrten wöllen und petunia mit glasigen augen blickten sie ins nichts plötzlich begann sie zu weinen und zu stöhnen petunia schlang die arme um ihre beine und wiegte sich hin und her sonnen dörseys augen zuckten wild hin und her er versuchte sich unter dem natürlich viel zu kleinem couchtisch zu verstecken mom dad schrie ein aufgelöster dudley weinen versuchte er mit worten seine eltern zu erreichen tongs tat er fast ein bisschen leid sie ahnte dass der junge nur das produkt der erziehung seiner eltern war remus liebling ich denke es reicht sanft legte sie dem zauberer eine hand auf die schulter dieser nickte und sprach non sentient die dörseys sahen sich verwirrt um zitternd und bleich setzten sie sich wieder remus sah sich schweigend an er schienen endlose minuten zu sein irgendwann räusperte sich petunia dursley was was war das wollte sie mit brüchiger stimme wissen was denken sie es waren harrys gefühle sie haben das gefühlt was ihr neffe fühlen musste all die jahre angst hunger einsamkeit kälte dinge die kein kind fühlen sollte dinge die ihr sohn remus deutete darauf den immer noch wimmern in dudley in der ecke wohl nie fühlen musste wieder kehrte stille ein inzwischen hatte sich dudley aus seiner ecke getraut und kauerte sich neben seiner mutter auf die couch abwesend schrich sie dem feisten jungen über den arm es es tut mir leid es war kaum ein flüstern das aus dem mund von vernon dursley kam petunia nickte schwach rüs lupin stand auf und streckte den zauberstab weg ich wünschte ich könnte glauben dass diese entschuldigung aufrichtig ist und nicht nur der klägliche versuch sich weiterer strafen zu entziehen aber eine sache glaube ich ihnen dass ihre tränen echt waren und wer weiß vielleicht werden sie in den nächsten jahren verstehen was sie ihrem neffen angetan haben und nun sollten wir die bestrafung abschließen tongs verließ den raum die dursley starten mit angsterfüllten augen zu lupin er hob den zauberstab für einen wortlosen zauber auf den ersten blick sah man keine veränderung aber wenn man genau hinsah da erkannte man auf allen möbeln den fenstern und böden eine feine staubschicht mrs dursley der staub in ihrem haus wird nie wieder verschwinden egal wie sehr sie putzen sie sollten lernen dass es mehr gibt als ein sauberes haus und das gefühl das einen die nachbarn beneiden die frau startete den zauberer fassungslos an sie strich über den couchtisch und versuchte den staub zu vertreiben aber kaum war das saubere holz zu erkennen erschien wieder staub genau an derselben stelle nun zu ihnen mr dursley sie werden nicht länger als direkter von grunnings arbeiten fragen sie nicht warum das ist besser nun sie werden nicht arbeitslos aber bis zu ihrer pensionierung werden sie in der firma als einfache arbeiter beschäftigt sein mit einem einfachen gehalt ihr teures auto werden sie sich nicht mehr leisten können aber sie werden nicht verhungern vernon dursley sah aus als würde er jeden moment in ohnmacht fallen das noch vor minuten puterrote wütende gesicht war verschwunden er war blass und starrte ins leere in diesem moment bis ratons wieder das wohnzimmer in der hand hatte sie eine reisetasche und stellte sie vor den dursleys ab diese sahen sie fragend an als man vor dem haus das klappen von autotüren hörte remis lupin lächelte zufrieden und steckte den zauberstab weg an der haustür klopfte es laut schatz schau doch mal wer da ist sagte an tongs gewand die sich mit einem lächeln umdrehte und zur tür eilte wer ist das petunis augen waren schreck geweitert und ihre stimme zitterte remis sagte kein wort denn im selben augenblick betraten zwei große kräftige männer das zimmer sie trugen eine art uniform kurz sahen sie sich im zimmer um dann gingen sie zielgerichtet auf dudley zu der sich inzwischen an seine mutter klammerte mitkommen knurrte einer der beiden den jungen an aus dessen mund kam nur ein wimmern was wollen sie von meinem sohn petunia zog dudley enger an sich doch die männer sahen sich nur kurz an und bevor sie die dursleys überhaupt richtig verstanden hatten hatten sie den feisten jungen bereits auf die beine gezogen und zerrten den nun schreienden sechzehnjährigen aus dem haus petunia und vernon rannten hinterher tongs und remis folgten ihnen mit auf der straße waren inzwischen die nachbarn fandatlich schreiend angelockt aus ihren häusern getreten die beiden bulligen männer die den schreienden jungen inzwischen in ein auto mit der aufschrift sank brutus sicherheitszentrum für unheilbar kriminelle jungen gesetzt hatten wurden interessiert beobachtet tongs trat nun zu den beiden und übergab ihnen die gepackte reisetasche die männer nickten setzten sich in das auto und verschwanden vor dem haus kniete eine weinende petunia dursley während ihr mann die umstehenden nachbarn anschrie sie sollen sich gefälligst um ihre sachen kümmern langsam verließen alle den schauplatz und zurückblieben die dursleys remis und tongs noch einmal wandte sich der mann an die beiden muggel weinen sie nicht um ihren sohn er hat eine chance eine chance eventuell ein anderes leben zu führen ihrem neffen haben sie nie mehr mitgefühl entgegen gebracht und nun weinen sie um was um ihren sohn oder um ihren ruf ihren wohlstand wir verlassen sie jetzt ich wünsche ihnen dass sie eines tages verstehen mit diesen worten nahm remis tongs bei der hand und im nächsten moment waren sie mit dieser period und mit dieser period